Tolle Menschen, tolle Teams. Es ist für mich eine Champions League, wo man mitspielt. Stihl ist eine traditionelle Firma, die sich als eine digitale Firma entwickelt hat. Stihl steht für Zuverlässigkeit und für Qualität. Dass man nicht ein kleines Rädchen im großen Getriebe ist, sondern man ist hauptverantwortlich für ein Thema. Stihl ist definitiv ein Weltkonzern, es ist hier international tätig. Stihl steht für mich für Freiheitsgrade, für sehr starke Flexibilität, kurze Entscheidungswege. Wir expandieren und das Schöne ist, dass das Wachstum auch dazu führt, dass die Aufgaben immer vielfältiger bei Stihl werden. Die Leute haben Spaß daran, bei Stihl zu arbeiten. Man hat einen hohen Freiheitsgrad und man nimmt viel Verantwortung. Stihl ist für mich, dass man seine eigenen Ideen wirklich von der ersten Idee bis zur Serienreife umsetzen kann. Hier ist eigentlich jeden Tag spannend, weil hier sehr viele neue Dinge passieren. Jeden Tag erleben wir irgendwas Neues. Es ist halt eine coole Firma, es ist wirklich gut hier. Bei Stihl arbeiten ist abwechslungsreich und macht super Spaß. Man kann hier seine Fähigkeiten in Produkte umsetzen. Ich bin eine große Familie. Voll ist zu Hause. Stihl bedeutet für mich die Gemeinschaft. Wir stehen voneinander ein und sind voneinander da. Wir haben miteinander Spaß. Paulus Youtuber. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.